Neue Möglichkeiten. Neue Chancen. Werden Sie Online-Lehrer bei Online-Schule 24. Gestalten Sie Ihre eigenen Online-Kurse und schaffen Sie sich die Möglichkeit, bequem von zu Hause aus als Lehrer tätig zu werden. Wir stellen die Technik und Sie Ihr Wissen. Wir bieten ausführliche Einweisungskurse, damit Sie unabhängig und frei Ihre Online-Kurse abhalten können. Nutzen Sie unsere Internetplattform, um Schulungsinteressenten anzusprechen und stellen Sie ausführliche Vorabinformationen in Schrift und Video bereit. Wie? Na das ist unsere Aufgabe, Ihnen auch mit geringem Computerwissen, die Kenntnisse für unsere Technik und Lehrmethode für Ihre Arbeit zu vermitteln. Mehr Zeit für die Familie als Lehrer. Als nebenberufliche Lehrtätigkeit oder hauptberuflich. Online-Schule 24 bietet Ihnen die beste Möglichkeit, sich als Lehrer auf neuen Wegen zu verwirklichen. Schulungsangebote für die Kleinen und Großen, Hobby und Beruf sind die Zielsetzung unserer Internetplattform. Schulabschlüsse und Nachhilfeunterrichte werden ständig gesucht. Wir unterrichten live und in Echtzeit. Sie können mit PowerPoint-Präsentationen arbeiten, schnell ein paar Videosequenzen einblenden oder auch mal Skripten an die Schüler weiterreichen ohne E-Mail-Versand. Natürlich ist es möglich alle seine Schüler über die Webcam zu sehen, und haben somit die Möglichkeit den persönlichen Kontakt noch lebendiger zu gestalten. Wir zeigen Ihnen wie es funktioniert. Nehmen Sie an einen unserer Einweisungskurse teil und machen Sie sich frei von der klassischen Schulungsmethode in einem Unterrichtsraum. Lernen ist ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft und wird es auch in der Zukunft bleiben. Verlegen Sie Ihr Klassenzimmer in das Internet. Lehrer erhalten unsere Technik kostenfrei nach Absolvierung eines Einweisungskurses von uns zur Verfügung gestellt. Sie selbst gestalten Ihren Unterricht und bestimmen auch die Schulungszeiten. Eine neue berufliche Möglichkeit für alle die anderen etwas beibringen können. Nicht nur ausgebildete Pädagogen, sondern auch Ausbilder die etwas Besonderes beherrschen sind willkommen. Neue Trends wie Smartphones und iPad werden ebenfalls bei uns berücksichtigt. Schüler können an jedem Ort der Welt an ihrem Unterricht teilnehmen. Aber auch Sie als Lehrer oder Ausbilder können lebendige Unterrichte weltweit abhalten, vorausgesetzt ist nur ein Internetanschluss. Besuchen Sie unsere Internetseite oder rufen Sie uns unverbindlich an. www.onlineschule24.de